Aber das hier unten drunter ist noch aus Holz. Ja. Du hast gerade gesehen, dass da genau diese komische Spinne ist. Nein, Blödsinn. Alles macht ja kaputt. Hier, das hier ist sicherlich auch aus Holz. Du meinst, der Baum stimmt? Ja. Könnte Holz sein, ja. Was für ein Arsch. Nur das eine Stück, da ist Holz. Zieh das mal runter. Ich glaube, dafür ist das einfach nur drin. Stimme? Ja, sonst geht es nicht mehr. Warte mal bitte. Guck mal, den Musch kann ich ziehen. Macht aber ganz alleine. Das wird ja kopfgefährlich. Das wird ja schon wieder gut gesteuert. Wie ist das dein Tricks? Be, du, das ist ja gar nicht. Du meinst, der ist Baby? Ja. 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 Ich versuchte mal zu korn. Ich komm nicht doch jetzt. Könnt sie mir jetzt voll in seinem Popo hauen? Oh, damit mich nicht in den Popo zerrutschen. Ich wollte nur fliegen. Ich bin noch nicht unnommen. Das ist mir schon klar. Ja, weil ich nach oben gucken wollte. Weil solange der festhängt, haben wir potenziell Möglichkeiten, die noch Sachen zu finden. Ich glaube, so können wir den... Ach so, du hast den Krieger getötet. Gut. Nein, er war das. Das reicht doch nicht. Ja. Hier muss ich mal ein Stück vorlaufen. Mehr gibt es nicht. Bis auf den da. Ja. Die nicht mehr im Ergisten gibt es nicht. Außer du kannst mir noch was geben. Aber ich glaube nicht. Nee, vier aus Max nicht. Dann mach ich das mal. So. Jetzt können wir weiter. Ich glaube, du bist allein. Nein. Was zum? Du cheatest doch. Da kommt hier aber jemand. Ja, da unten. Die hilft ja. Da. Da. Ich glaube, du stirbst jetzt mal gekonnt. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Wuuuuhh. So. Also die Dinger kann ich hier nach oben und nach unten bewegen. Wenn keiner drauf steht. So geht's rauf, blühen es auf. Du hast den Hammer. Du hast den Hammer. Hilfe, du hast den Hammer. So, geh jetzt in der Ruhe mal hier runter weiter. Geht nicht. Na, da hätte ich mich wahrscheinlich dran hängen. Ja, dann könnte ich es aber auch runterziehen. Nö. So. Okay, guck mal, okay, Hammer mal mit dem Hammer hier. Ach so, warte mal. Ach nee, hier musst du, yes, das ist hier ein rotes Ding. Geht da mal weg. Nee, weiter weg. Ach so. Also, ich hab nicht allzu viele Möglichkeiten. Da muss irgendwie so dieses Licht hier hin. Ja, und das könnte ich zum Beispiel mit dem Schild. Deswegen hatte ich vor allem... Ich hab das praktisch... Kannst du den hochziehen, dann? Kannst du den hochziehen? Ja, so weit. Mehr geht nicht. Ja, das hätte mir schon gerecht. Ähm, guck erst mal, ob du irgendwo... Findest du eine Leuchtkugel findest? Hier. Ohne zu sterben? So wie die? Ja, das ist mir schon. Ja. Ja. Du musst aber runtergehen. Wirklich. Boah. 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 Ist das jetzt? Achso, ne, ist das immer noch. Mach, 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 mach! Ja! Jetzt die Hunde. Das war jetzt nicht ich. Nein, das macht mich das erst schon. Ich hab doch alles gemacht, was du wolltest. Ich kann's halt zwei Sachen auf einmal machen. Oh, okay, jetzt. Mit den beiden, das ist... Du weißt übrigens, dass du auch wieder die Tante spielen kannst, ne? Mhm. Und noch mal. also komm erst mal wieder hier du willst nicht den Himmel benutzen? gleich komm erst mal hierher und rück mal hier links runter gut aber wir sind hier in einem guten Platz genau, du kannst ihn hochziehen ja, aber sicherlich noch einen ja und dann stirbst du dann fährt er runter, das ist richtig aber beim anderen, dass mich mal hinzuwachen jetzt schiebst du die Kisse darunter dann wird sie gleich vermeint oder du stirbst es hat noch eine zweite Kisse gefehlt aber dass sie die auch raushält ja, in dem Video, was ich mir angeschaut habe machen die das auch mit einer Planke und was genau? nee, mach jetzt mit der zweiten Kisse dann funktioniert ja schon ja, schon klar, dass du aber auch die zweite Kisse an die mich darunter schieben musst genau, das ist nicht das Problem ja, warte mal geh mal runter jetzt gehst du wieder zu mir Steuerung im ersten Mal du musst es immer noch da drunter schieben hast du, dann kommst du nicht durch du könntest es aber theoretisch wenn du loslässt, danach gleich runter schieben wenn ich vorher drunter stehe deswegen wollte ich ja eigentlich noch oh, dann musst du da immer noch runter jetzt geh nach vorne das funktioniert so nicht das funktioniert so nicht wie du loslässt, mam nun schon weiter Oh, ernsthaft? Also, Mende zur... Die Prüfung von Geistkönnen-Kraft. Wenn sie zu bestehen ihr schafft, sollt vom alten Schatz ihr kosten. Vom Schatz im Westen und im Osten. Wenn du jetzt so Dings wechselst, hast du da oben einen Schalter, den kannst du anschießen. Da, wo mein Ziergeist ist. Oh. Oh, da oben ist er doch oben. Oh, da oben ist er doch oben. Ich war's nicht. So. Jetzt hat's der Beton. Da, 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 da. Genau. Da. Ja, das muss ich übrigens auch nicht weitergeben sein Ja, das dauert doch Soll ich nicht mehr. Ah! 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 Das war's für heute. Oh, okay. Alles gut. Ich sehe nur noch nicht mal zu, oder? Ich denke mal, wo ich meine Hand schaue. was ist das? irgendwas war richtig da oben, das ist ein Schalter schon das ist so Japani oder was? weiss ich nicht achso, der drüben ist, finde ich mich auch achso nicht ob das muss man das nicht stellen das ist ein Terror ah, das ist ein Spiegel ok den, ah, ah wenn jetzt zumindest ist da oben auch kaputt nach unten die Frage ist, ob wir den irgendwie auch umdringen können wissen wir nicht also hier der guckt nur in eine Richtung jetzt guckt er in die andere lassen so wie er ist lassen so wie er ist so so tut er dich na geht doch achso, das müssen wir erst aufmachen mit den, achso, mit diesen Symbolen da ruhig auf auf sie kommt auf 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 Das müssen wir so einmal durch. Also es müssen offensichtlich unerstattet sein. Was hast du jetzt gemacht? Oh, wie lange kann man da bebrauchen? So, jetzt können wir da um den Schalter noch betätigen. Seht, Sternschnuppen. Schön, mal nicht zu schwitzen. Du leuchtest. Kann auch leuchten. Ein Erdbeben. Wie wär's zur Abwechslung mal mit Flucht? Kennst du Dune? Nach dem Kobold-Angriff auf das Königreich wurden die Helden des Trine in eine ferne Einöde entführt. Die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht. Ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Bleibe verschluckt. Aber wie es im Bauch der Bestie weitergeht, seht ihr es in der nächsten Folge. Tschüss.